Yo Frankie J, wie fandest du jetzt die Aufnahmen hier so zu Run To Paradise? Ganz klasse. Was gibt es denn von dir jetzt eigentlich neues Song? Sag mal. Ich habe eine neue Mix-Home geladen. Du hast eine neue Mix-Home geladen? Soundcloud, ja. Okay, was ist das? Das war diese Club-Session Franklin James for Union 9. Okay, das sagt mir aber was das T-Shirt. Ganz im Gegensatz zum Wetter draußen wird es ein heißer Sommer. Das ist auch echt geil. Ja, auf jeden Fall bin ich saumäßig froh, dass wir das Ding zusammen recorded haben. Also Leute, ihr solltet auf jeden Fall mal den Channel von FrankenJ besuchen. Lohnt sich auf jeden Fall. Meinungen seht ihr hier übrigens auch. Und unser Channel von uns gemeinsam lautet FrankenJ Featuring Spellfire Fanpage. Also Abbruch, tschüss. war laut. werde auf jeden Fall unter das ClaUSE